Wisst ihr eigentlich, warum ihr so eine verdreckte Mähnenbürste wie diese hier unbedingt reinigen solltet und wie das funktioniert? Und ihr habt die Chance, diese Unique-Holz-Butzbox zu gewinnen. Solche Bürsten verdrecken recht schnell und sollten daher regelmäßig gereinigt werden. Ich glaube, ihr seht den Grund. Das Problem ist nämlich, dass sich nicht nur Dreck in solchen Bürsten sammelt, sondern auch Fett, Hautschuppen und Staub. Dreckige Bürsten sind also ein Paradies für Bakterien, Pilze und Milben. Das ist bei der Wahrheit auch der Grund, warum jedes Pferd sein eigenes Putzzeug braucht. Also, lasst uns putzen! Bürsten aus Plastik oder Gummi sind unempfindlich und echt leicht zu reinigen. Zuerst spritze ich sie mit einem Wasserschlauch ab, da bekomme ich dann mal den größten Schmutz raus. Das kann man übrigens auch immer gut zwischendurch mal machen. Nach dem Abspritzen fülle ich einen Eimer mit Wasser, gebe mildes Shampoo hinzu und weiche die Bürste dann ungefähr 10 Minuten ein. Nochmals mit dem Wasserschlauch abspülen, trocknen lassen und fertig. Und wenn ihr diese shiny Putzbox gewinnen wollt, klickt auf den Link in den Kommentaren.